Fein, ist ja wieder hell. Oh, hier kriegt die Kripphage. Hallo, Spinne. Komm, mal zu dir, Flash. Ja. Was willst du denn bei mir? Äh, Stencils bauen. Achso. Richtig, Clown. Warte mal, stimmt gar nicht. Warte mal, habe ich die Schablonen hier unten drin? Ist doch Stencil. Ich habe hier, was brauchst du, eine Spitzhacke? Ist hier. In der linken. Da sind schon die richtigen Schablonen drin. Ein Spitzhackbauer. Außer du willst eine Spitzhacke mitnehmen, dann kannst du diesmal Lulium abbauen. Willst du eine haben? Ja. Komm hier mit. Und da sagt die jetzt nichts, jetzt mach. Was hast du denn? Die hat eine volle Palme gewesen oder was? Hier, nimm die. Nimm die SVS. Äh, genau. Ist jetzt nicht die beste, aber reicht, du den Anfang. Kannst du mit abbauen. Ja, ja. Tu es einfach nachher da hinten in die eine Kiste wieder rein. Fahr mal ein bisschen von dem weißen Stein. Farid Stone. Weil die brauche ich auf jeden Fall wieder. Leck. Ich bin doch gerade in Neta geflüchtet. Ja, wenn du mal kurz in Neta reingehst, dann leckt das sowieso für einen Moment. Da gast, Alter. Toll. Ist aber auch normal. Hä? Wie soll ich meine Batterie mit einmal nicht machen? Muss ich nicht. Galerina? Was ist die denn jetzt? Hä? Was? Jetzt schon wieder. Die ist weg. Was denn? Äh, meine. Batterie da. Die waren. Keine Ahnung. Wie die heißt. Boah, direkt zum Gas. Wie du spawst, Alter. Was brauche ich denn für Adelt und Kobalt, ne? Hm, 2-2 jeweils. Von jedem 2. Hm. Damit du ein Vanillium rausbekommst. Meinen. Koma kann ich aber auch mit Diamant abbauen. Advanced Lett Pack ist weg. Achso. Pech, Cheater. Ja ruhig. Wieso? Das ist doch einfach spawnen, das Ding. Oder das kann auch sein, dass das Ding ist. Hm? Ich hab das eben ja noch angehabt. Weiß es nicht. Hm, Whetstone. Warum teleportierst du dich eigentlich immer, ne? Ja, wollte ich da nicht anders hinkommen. Warum? Wie weit ist das denn? Das ist weit. Aha. Weit, weit weg. Aha, okay. Hm. Vertraue ich dir mal so. Darf ich bau irgendwann mal ne Krayon-Later auf, Alter? Nein, bitte nicht. Dann darf ich mir das Flatpack nochmal bauen, cool. Ach, Mann, ey. Johnny, dann mach aber bitte die Query abschaltbar, okay? Johnny, mach wieder auf Tau. Ne, guck, der hat doch zugehört. Wenn Johnny nicht antwortet, dann bestätigt er. Das ist Johnny. Also, man selekt das nachher wirklich. Nicht immer. Ja, nicht immer, aber ab und zu ne. Johnny lernt ja, das ist ja... Ausnahmsweise. Man muss ihn ja loben, mal. Man muss ihn ja erst mal in Arsch treten, dass er auch hört. Ja, komm, du heil. Lieg gleich mal in den Arsch, Alter. Ich hab dich doch lieb, gib dir auch mal ein Küsschen. Nein. Gib doch mal ein Küsschen. Gib auch mal ein Küsschen. Ich hab ehrlich, ihr beide spendet. Beides einmal erst gefunden. Ich hab's schwer zu finden. Du, 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 du. Naja, schwer ist noch nicht zu finden. Ja, doch, weil es Millionen andere ausgibt und weil Lab ist genauso aus wie die Kobalt. Das ist klar. Flasch. Was denn? Ich dachte, wir sind Freunde. Nö. Was? Mal, weißt du doch... Sorgenkind. Hallo? Neu. Hallo. 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 Hier ist voll das Lomalter mit so komischen Büchern. Bücher. Ich hab' den Skype gefragt, ob ich Lust hab' aufzunehmen. Hast du nicht? Doch. Ach, wegen, wegen anderes. Mhm. Wegen das Andere. Mann! Bist du schon wieder bei den Villagern? Nö. Boah, ich sag ja nur über die Villager, boah. Ja. Ja. Manchmal könnte ich's ja. Erwürgen. Erwürgen und nicht kotzen. Ja, irgendwo ist bei dir ein bisschen was falsch im Gehen gelaufen. Bei dir auch. Nee. Sonst wirst du ja nicht so bescheuert im Kopf. Nö. Doch. Nö. Doch. Hört auf. Bitte hört auf. Was denn? Was ist denn jetzt schon wieder kleiner Johnny? Aufpassen, der heult uns gleich. Der heult uns gleich. Ja, der mag das nicht. Achso. Wie, du magst uns nicht? Oh, aber. Das war auch schon ganz zeitklar, dass er uns nicht mag. Dass sie streiten magst du nicht, okay. Kann ich nachvollziehen. Der mag uns wohl auch nicht. Oh, du dreckst du aber ehrlich. Prost, alter. Der hat sogar so richtig so Boom gemacht, alter. Er ist TS gewesen. Ja. Die NSA ist wieder da. Ja. Hätten wir jetzt. Hätten wir jetzt. Hätten wir jetzt auch gesagt. Der Obama hat grad ins Mikrofon gewürzt, alter. Ja. Der wollte grad sagen, Jungs, nehmt nicht mehr so lange auf. Ja. Ich wollte den Server gleich wieder hacken. Ja. Jungs, könnt ihr gleich mal für einen Moment runtergehen. Wir wollen einen Server für einen kurzen Moment hacken. Könnte man ihn echt zutrauen. Oh. Oh. Reinkunftsserver. Ja, so ein Garst, alter. Äh, Garst nicht. Oder ist er ein Garst? Ein Garst. Ein Garst. Ein Garst. Ein Garstiger Mitarbeiter. Nein, oder ist er ein Garst? Äh, leckt das gerade? Ne. Leck. 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 Ah, Falluccia. Falluccia. Jetzt hab ich meine Markmanagement abgebaut. Warte, jetzt war die ganze Zeit... Ah, Redstone da drinne. Fuck. Bist du schlecht. Ehrlich. Wieso war da Redstone drin? Äh, weil ich vielleicht unten eine Magma-Kuse stehen habe, weil ich mir dieses Redstone-Cell machen will vielleicht. Ach so. Redstone-Cell. Und der hab ich abgebaut. Mal kurz gucken, warte, wie viel, äh, Manulium ich für dieses scheiß Board. Aua. Cast, Blast, Geister brauchen. Äh, ja, warte, kann ich gleich nachgucken. Ach so. Ich meine... Zwei oder drei. Also du brauchst auf jeden Fall drei Manulium sicher. Warte, ich guck mal eben ganz genau. Ich hab auch nicht mal wirklich irgendwas geschafft, jetzt echt. Ne, ich auch nicht. Aber du brauchst sowieso nicht alles aus Manulium machen. Ein Ding machst du aus, äh, die Papier und dann kriegst du noch einen Necken wo die Feuerwehr. Was? Zu du bitte. Ich wollte diesen Handel aus Papier machen. Äh, also die Spitzhacke kostet Material kosten eins und der Tool-Vode-Cast kostet ein halber. Ja, was kostet das, was kostet das Schwert? Ja? Das Wifting. Okay, ne Ahnung. Also die Dinger hab ich, warte mal. Ich hab die nämlich noch aus Holz. Ähm, dazu brauchte man die Crossbar. Toll. Was brauchte man da noch? Gar nix. Doch. Ein. Brauchte man das Sword-Blade? Ich glaub das Sword-Blade war das. Ne, das Knife nicht. Das Sword-Blade kostet eins. Die Crossbar kostet ein halber. Was war das, war das jetzt dieser komische Handgriff oder war das so ein... Ich weiß es nicht. Ich könnte jetzt mal nachgucken eigentlich. Geil. 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 Was ist los? Boah, da kann ich voll weh, Alter. Wusstet ihr, dass ihr im Ganzen könnt? Ja klar, Dance. Muss eingeben. Echt? Tool-Vode, Sweat-Blade und Crossbar. Geil. 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 Ein halber. Äh, also zwei Manylium. Minimum. Dann brauch ich nur noch einen Kobalt. Ein Kobalt. Ein Kobalt. Ah, den hab ich schon sechs gefunden. Es kann aber... Ähm, warte mal. Ich guck gerade mal. Bin nämlich überlegt, vielleicht hab ich auch Kobalt, Erz und sowas bei mir hier. Die ganze Zeit schon. Habt ihr das? Nicht. Die ganzen Tower. Ich hab noch zwei Kobalt hier. Du Vogel. Du Vogel. Du bist wieder in der Zinn, ehrlich. Es wird schönes Dunkel. Jaja, ich weiß. Das kannst du meinetwegen erst haben, Johnny. Ja, kannst du ruhig. Ich guck mal gerade so durch. Hm, 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 hm. Wow. Alter. Hier. Hier. In der... In der... In der Kiste. Hier. Hier ist bitte. Alles klar. Dunkel. Ne, da drüber. Dunkel. Ich geh ein bisschen nähter weg. Ich hab ungefähr Abstecks. Hm, schmeiß mal. Schmeiß mal hier vorne rein. Hier, hier, hier. Schmeiß mal hier rein. Ich weiß ruhig rein. Oh, ja. Ihr beide seid schon ein bisschen bescheuert, ne? Doch. Bisschen oberbescheuert. Du bist bescheuert. Nein, du. Du bist bescheuert. Nein du. Nein du. Ihr beide seid bescheuert. Nein du. Nein du. Ich brauch diesen Blade-Cast Ja, guck, bedien dich da irgendwo Und wenn du die Dinger aus Gold schmelzen musst, dann nimmst du eben ein Goldding raus und machst das bei mir da eben rein Aluminum... Genau Sehen die Teile nicht so aus Aluminum Brass oder sowas? Ne, aus Gold, kannst du auch machen Mach mal schlafen Ne, ich hab mein Bett hier, Johnny kann hier nicht schlafen Hattest du schon das Geile, bist du, Alter Naja Du hast das Schwert da schon mal gemacht, deswegen... Das Rapier? Ja klar, ich hab noch zwei Rapier Du Vogel Hey, ich hab doch letztes Mal die eine Rapier dir doch gegeben Ich weiß Ruhig, schreib mir die so an Hallo Hallo Aber das ist eigentlich nur auf Köpfen ausgelegt und reparier alles auf Repair noch Also das ist jetzt nicht so die Oberwaffe, da du richtig Schaden zufügen kannst Wie ist denn dieses... White... Dieses Crossbar, ja Ich kann mich mal beide nicht Ähm... Die machst du am besten aus Papier und da würd ich... Musst du die Holzen... Aber eine Crossbar Papier hab ich hier Da, warte Ich glaube nur einer, aus Papier Achja... Der Lizard ist schon wieder hier Was Fliss? Ey, wo gehst du denn hin damit, Johnny? Um Spawn Achso, hättest du hier bleiben können Vogel Ich hab doch so'n Ding Ich hab doch nicht Oh, ist das egal? Johnny ist in Forel Johnny ist in Forel Und Johnny ist in Forel Du bist eine Bietekatze, oder? MAU 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 Das ist schon irgendwo so gelitten, ne? Das ist gerade der Richtige, ja ich. Gelitten. Gelitten? Gelitten. Oh, du magst meine Tieten. Was? Du magst meine Titis? Mh. Möchtest du mal meine Titis? Du hast schon so klein das Schaden, ne? Komma zu Mama! Guck mal zu Papa, Alter. Guck mal Mamas Brust. So, jetzt brauche ich noch Obsidian. Für was? Für die...